5. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fliegen bitte Von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben Gönnt doch dem kleinen Wintergast im warmen Zimmer Ruhe und Rast. Da draußen ist gar schlimme Zeit, es stürmt und regnet, friert und schneit. Ach, mein Begehren ist nur klein, ich nehme wenig Raum nur ein. Im Blumenbusch am Fenster hier, da such ich mir ein Nachtquartier. Und wird es mir darin zu kalt, so ist mein liebster Aufenthalt beim alten Fritzen auf dem Hut. Da sitze ich sicher, warm und gut. Und kommt der heilige Christ heran, dann freue ich mich wie jedermann. Weihnachten soll es für mich auch sein, ein Kuchenkrümchen wird schon mein. Drum lass die arme Flieg in Ruhe, sie hat ein Recht zu sein wie du. Nun, liebes Kind, nun freue dich und sei noch lustiger als ich. Ende von Fliegen bitte Aufgenommen von Julie Niedermeier Adrian Niedermeier Untertitelung des ZDF, 2020